und nur so ich bin ich ohne Grunde gekickt, da habe ich wieder permanent angewispert ich bin runtergefangen habe ich mir schon fast gedacht das ist halt blöd, weil ich habe Minecraft nicht auf FL-Vollbild und dann äh... es ist... äh... äh... das Spiel immer, weil ich seine Whisper-Nachricht schreibe und es ist nach 10.000 Mal ein bisschen... nervt habt ihr das auf... auf irgendein Minigame mit mir? hier schon, aber nicht auf dem Minigame oh, was dann? ja, weiß es nicht ich wollte einen vernetzen guten Tag guten Tag weder da nee, das heißt, du bist gar nicht... wo bin wo bin? wo bin? er hat's gehört äh... das ist ein Typ, der sind Plagiar hab ich überhaupt zu meinem Wurz mit der wouldn't für nichts sagen? ja ja, oh man was hast du, warum kannst du nicht richtig woten? weiss ich nicht, ich habe alles durchprobiert probier mal nochmal, vielleicht ist ja eine noch nicht aktiv gewesen wieder ich bin ich der einzige der es über minecraft macht ich mache das über ein ding ich gebe mal slash wortel ist ein und dann gehe ich auf die webseite und geht dann ich gehe mal auf die homepage und dann da gibt mir schon wortel sein wusste doch ich habe es mir gestern eingesprachet aber falls du mich hörst der questing ist heute ein bisschen ich bin wirklich bei uns heute acht zentimeter so viel hatten wir heute nicht aber wir haben so zwei zentimeter gehabt es gab es bei uns seit sieben jahren wir hatten auch schon lange kein schnee mehr aber dafür doch alles aus der unfälle sehr gut einmal schnee ist gleich unfall es hat niemand drauf vorbereitet so also schlecht bin ich ich hasse mein leben dann wieder hey worum geht es da bei euch mini und tiger die hat mir einfach sachen geschenkt ok ich habe dir gerade den link geschickt ich habe dir gerade den link geschickt bekommen hallo das will ich sehen was muss man da eingeben was du willst nur an einen spieler schreiben richtig ich möchte was schreien aber das geht nicht achso dass es an alle sind dass es wieder an alle geht oder wie dhg warte das kann man im ts so nicht machen den trauerweite channel so kannst du wieder in den global chat gehen damit jeder deine nachricht liest ok also der pepi hat mich jetzt bei also jetzt hat äh sowas gemacht dass ich jetzt nicht mehr also ich kann schon schreiben aber die anderen sehen das halt nicht dann hat er dich wahrscheinlich so gemutet dass du nicht mehr richtig schreiben kannst äh wie so wie kann man das kann man irgendwie das machen dass das dass die anderen das sehen ähm wenn das wenn das nicht per command so gemacht wurde sondern von pepi dann kann nur pepi das auch wieder rückgängig machen oder einen stuffy generell weißt du weswegen der das gemacht hat also das kann man auch schauen dass er von wagen ist also danke leid für den tatsch der patrick hat euch gesagt irgendwas mit slash irgendwas machen ein moment das ist creepy das da glaube ich wie trau ich ab du bist doch creepy 262008 oder erwarte creepy 262008 richtig beim muteliste steht nichts eingetragen er steht nur bei wann und was das mach mal chg äh vielleicht hat er nicht chg denn denn oder so ja das das hatte ich ja schon vorhin in den chat geschrieben hm hey unbekannte befehl schreibt helb für hilfe ähm so wie ich das in den trauerweide chat in ts geschrieben hatte ohne den punkt natürlich ohne den punkt natürlich danke da war's die hat ihm schein geholfen du chattest jetzt im sobald die d m m m wunderbar also dass d st 20 es šno krase n Hast du gesehen, was ich geschrieben habe? Ja, habe ich. Ah. Ich glaube, im Gebäude muss ich auch nochmal so eine Seite abreißen. Hey, das war doch gut so. Aber ich kann so meinen Traum nicht verwirklichen, weil das Leben, das Dach von vorne sieht jetzt wild aus. Also muss wieder auf den Channel. Tschüss. Ja, tschüss. Da vorne ist es so leer und ich hätte eigentlich vor da so ein cooles Fensterreiz machen, aber das passt nicht, weil ich die Fassade blöd gebaut habe. Ach, das ist doch perfekt so. Hey. Ich versuche das irgendwie noch einigermaßen normal zu retten. Normal zu retten. Könnte möglich sein, wenn ich das hier so mache. Ich glaube, ich kriege das noch ohne großen Schaden hin. Ich wollte noch was anderes sagen. War das da? Ja. Ich lade dich ein für eine Feier. Weißt du, wo meine Haus ist? Ja, weiß ich. Also, ich glaube, ich weiß es noch. Ja, doch. Ich lade dich ein für eine Feier. Was ist denn für eine Feier? Ne, Weihnachtsfeier. Ui. Wann ist die denn? Hä? Wann ist die denn? Äh, warte, ich schaue. Bloß weiter, dann hier in real life. Äh. Weitag am 15. Okay, werde ich mir notieren. Okay. Wer möchte noch? Hä? Gibt es ganz leise. Fieger? Äh, ich habe gerade noch zu tun. Möchtest du am 15. Also am Freitag? Äh, muss ich schauen, ob ich Zeit habe. Da hat auch Felix Geburtstag. Was? Stimmt, ich muss arbeiten hier abends. Ich kann leider gar nicht. Freitag. Und Baumhaus-Event. Ja, was ist da? Mann, hallo. Hallo. Bleib stehen, Dennis. Hallo. Helfe, bleib stehen. Dennis da, geh mal aus. Dennis hört dich nicht. Okay, ach so. Dennis naht da. Er ist immer noch nicht in S. Ah, so glaube ich, bei dir hat die Planet-Minecraft-Seite funktioniert. Planet-Minecraft-Seite funktioniert bei mir. Er hat mir auch nicht geglaubt, aber ich habe trotzdem 5. Hä? Also Planet-Minecraft funktioniert bei mir immer. Ich habe 5 Worts bekommen. Gestern auch. Ich wollte gar nicht mehr. Ich habe alles, was ich brauche. Also alle Tools. Richtig. Ach so, ich dachte schon, wie kannst du alles haben? Man muss 22 Tage Voten bei 4 Worts, damit man alles zusammen hat. Also hätte ich das am ersten Tag wohl können. Wenn du zuvor immer gebootet hättest und nichts eingesammelt hättest, was ich getan habe. Also irgendwie zwei Boots oder so habe ich nichts eingesammelt. Das heisst, wenn du das zuvor hast und wenn du dann sowas, wenn du ein Event hast, kannst du einmal den Reward bewechseln. Dann bekommst du irgendwie 40 Teile von diesen Dingen. Hä? Aber du kostet so bloß 5 pro Tag? Ja, aber wenn du dir das aufschmarrst, auch schon bevor dem Event oder so. Ja gut, das weißt du ja aber nicht. Vorher waren noch Halloween Sachen, also habe ich das da ausgegeben für. Also manchmal wollte ich einfach so und dann berechne ich mir den Reward nicht, wenn ich weiß, irgendjemand schreibt das ja im Chat. Ja, Wollt, gibt irgendwelche Spezialeins, dann kannst du einfach enter und dann hast du irgendwie 10.000 bei diesen Teiler. Ich hatte mal 128 Boots, da bin ich vom Servern geflogen. Es waren zu viele für mein Inventar, hat es nicht geparkt, haben mich runtergeschmissen. Hast du sie wenigstens am Ende noch bekommen? Ja. Oh ja, dann ist sie okay. Es wurden nur die berechnet und ich konnte danach wieder weitermachen. Dann zufälligerweise gerade im Chat, dass ich irgendwie gewartet habe oder so? Ja, schon zufälligerweise drin, ja. Cool, dann hat die fünfte Seite wohl doch funktioniert. Aber nur, wenn ich so da drüber gehe, über den... Mach mal dann am 14. weil am 15. ist... ist ja da... Ding. Wenn. Oh, stimmt. Ich bin aber... Am 14. kann ich wahrscheinlich nicht da sein, da ich hab da 9 Stunden. Ha. Hä hä hä. Die sind bis dahin, wenn 14, 15, die sie fänden. Am 13. Mit wofür ich gehen? Wasch geht immer. Mit wasch hab ich immer falsch. Also Leid möchtest du auch? Äh, ja. Er leidt mich. Na, komm doch, Leidt. Kann nicht schaden. Da gibt's auch Essen, also wir müssen. Ohne bin ich dabei, wenn's Essen gibt's drin. He he. Es gibt auch Kuchen. Oh, Kuchen. Hey. Die Kuchen, ich bin dabei. Das ist mein Läufer. Mini ist online. Origins Mini online. Mini ist auch auf dem Realm online in Minecraft. Aber ich nehm mir das Gefühl, da steht er da oben, die AFK rum. Er baut tatsächlich an seinem Haus, glaub ich. Er war gerade da, ja, und hat gebaut. Nexus. Nexus ist nicht in diesen Tiers. Nexus. Er ist nicht in diesen Tiers. Ja, weiß ich. Ich verhoff... Hey Nexus, bleib stehen. Nein. Er hört dich nicht. Ah, nein, der hat sich vertelebudiert. Weihnachtsske... Was ist denn? Warum gibt's einfach Weihnachtsskelette? Und Zombies. Und Zombies. Hör dich. Skelett-Sounds. Ich töte es. Oh, egal. Egal, egal, will ich da, aber ist nicht das Glück. Das sieht schon viel besser aus. Ich verliere halt nix. Ich musste keine Fassade abreißen, nur das halbe da. Na dann. Guten Tag. Hi Dennis. Und sag her, wurden wir da. Oh Mann. Dennis, aber ich bin auch da. Warum möchtest du nicht? Ich schlag dich in meiner Feier an. Warum? Oh Gott, what? Ja. Hm. Ja. Hm. Ich bin auch sehr schön. Oh Mann. Ein teuer Mensch. Er wusste es. Hm. 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 Will ich kotzen? Okay. Dennis, ich finde das ein bisschen den Schmuckladen. Du stehst davor. Ja, du standst vorhin, als du bei mir warst. Das war der Schmuckladen. Du hast es in unserer Zeit nicht angeschaut. Oh. Ja, als du davor standst, der war ja auch schon in unserer Zeit, da. Oh. so schlimm das geht es und oder der hat also so sieht es von hier den Aufgang aus bei mir hier jemand schreibt die zweite gestorben ja wo hat sich die größe und das hier ist das haupt und die durfte ganz schön viel weg von dem bg das wichtigste ist der nicht ja die kühlerei habe ich auch eingereicht er hat einzig war das gemacht hat was hast du mein schild gesehen was ich hier hingestellt hatte habe ich gesehen tatsächlich ich finde ich schön aber ist ja deine projekte größer so schlimm wie ich ich sehe schon das nein genau was hast du hier vor wir müssen treppen nun zu den eisbären vorher gefreut ja er möchte den e-mail lesen hallo datum guten tag hallo ach so sieht das cool aus wie du das noch angepasst hast danke eisbrücke eisbrücke äh holz mein ich das gefällt mir hier schon besser aber ich muss gleich stone bricks form äh nicht stone bricks heißt diese diese coolen teile flieger ja auch aber wovon ich mehrere habe und die nicht einzigartig sind ähm ähm schulklasse roten flieger ähm 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 woraus man kaminen bauen kann diegelstein genau ich hab gestern noch gelesen im neuen update soll man ja nicht mehr äh gleich richtig atmen können wenn man aus dem wasser auftaucht äh was ja die du hast diese luftanzeige füllt sich dann nicht mehr automatisch auf sondern es dauert dann ne zeit ach du scheiße das muss ja alles realistischer werden ja natürlich minecraft ist realistisch es ist minecraft man alles aus blöcken realistisch nicht real life halt wirklich so ich muss schon sagen ich hätte gern so einen unterschied zwischen real life und minecraft das wollen die äh Entwickler aber glaub ich nicht die möchten jetzt alle Leute permanent vor PC sitzen ja ähm 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 Was ist denn? sag ich hast du hier die leute gemütet oder stimmt ich nehme mir auf während wir hier oben sind stimmt ich habe ja nur dich an und zahnpasta ach so deswegen ist er selber nicht da die spieler nicht machen mini schon das irgendwie abhanden ich bin gerade dezent überfordert warum krieg ich gar gar nichts sind ach quatsch doch das stimmt ich mache gerade nur ich verstehe ich gerade nicht was ich immer ich immer der schule Prozent ich glaube ich weiß jetzt bis morgen bis morgen und er muss man